Wohnen und Leben auf Mallorca Teil 8 Nach langen drei Monaten Wartezeit für die Fans, die sagen, ja, auf Mallorca, da will ich nicht nur im Urlaub meine Zeit verbringen, sondern da kann ich mir vorstellen, große Teile meines Lebens zu sein oder gar für immer auszuwandern. Ja, die sind hier genau richtig bei diesem achten Teil. Heute bin ich an einem Ort, man sieht das schon mit einer traumhaften Aussicht auf die Bucht von Palma und die Hauptstadt Palma de Mallorca. Das muss man sich erstmal leisten können. Die Häuser, die Villen, die hier zugegen sind, die liegen im Millionen- oder zweistelligen Millionen-Bereich. Eine der teuersten Ecken von Mallorca ist das hier oben in Zonwida. Vielleicht sagt sich der eine oder andere aber auch, ich fahre einfach mal hoch, genieße die Aussicht, schaue mir ein Häuschen an, ohne jetzt den Zwang zu haben, dort wohnen zu müssen. Also die Aussicht hier ist schon fantastisch. An diesem schönen Tag, wir haben den 13. April 2023, sieht das Wetter nicht komplett, so wie hier oben aus, blau und weiß, sondern auch grau und grau ein bisschen. Kein Problem, wir erreichen heute Temperaturen von über 20 Grad und diese Tour habe ich am Fuße dieses Berges begonnen, in Palma nämlich bei leicht tröpfelndem Wetter. Regen will ich mal nicht sagen, sondern es hat leicht getröpfelt aus den tiefhängenden Wolken heraus. Und da starten wir jetzt. Starten tue ich in Savileta und zwar in Ponent. Von hier aus ist es ein Katzensprung dort oben hoch auf den Berg. Wie ich eben schon sagte, es tröpfelt ein wenig. Einmal der Hektik dieser großen Stadt Palma entfliehen und auf den Berg hinauf. Einer der größten Golfplätze von Mallorca befindet sich ebenfalls hier oben. Golfson Vida. Es ist heute etwas windig. Wir haben einen Westwind, der hier über die Insel bläst. Bei der Fahrt merken wir noch nichts davon. Und ich würde mich freuen, wenn weiterhin viele dabei sind bei diesem Video und das auch bis zum Ende bleiben. Die Aussichten, die wir hier haben, die sind die pure Belohnung. Ich werde versuchen, einiges zu sagen. Die Zinsen sind hochgegangen, natürlich auch auf Mallorca. In ganz Europa haben wir ungefähr den vierfachen Zins von vor etwas über einem Jahr. Das bedeutet natürlich auch, dass es schwieriger wird, eine Immobilie zu erwerben. Und ob das hier oben zutrifft, dass dadurch die Immobilienpreise fallen. In Son Vida, das werden wir gleich mal sehen, das wagen viele zu bezweifeln. Das wird wohl nicht der Fall sein. Aber im niedrigen Preissegment, da kann man schon erkennen, dass es einfacher ist, eine Immobilie zu erwerben. Dass man aber trotzdem wesentlich höhere Kosten hat als vorher, als vor der ganzen Krise, die das bewirkt hat, dass die Zinsen so steigen. Denn es ist natürlich auch immer die Frage, was normal ist. Ist ein Prozent normal oder vier Prozent? Es gab auch schon Zeiten, da waren die Zinsen wesentlich höher. Aber einhergehend mit der ganzen Inflation und, und, und. Was es da so an Problemen gibt. Materialbeschaffung, die immens schwierig und teuer geworden ist. Und das trifft hier natürlich auf Mallorca ganz genauso zu, wie in anderen Teilen Europas. Aber es gibt schon Immobilien, die beobachtet wurden, die wirklich erheblich im Preis gefallen sind. Wo man vorher wahrscheinlich aber auch Fantasiesummen aufgerufen hat. Immer noch tröpfelt es ein wenig. Man kann ab jetzt schon so ein bisschen erahnen, wie schön das hier ist, wie schön alles angelegt ist. Zum Teil können wir das eine oder andere tolle Haus am Wegesrand sehen. Die meisten sind hinter hohen Mauern. Eigentümer möchten natürlich nicht, dass man auf die Grundstücke schauen kann. Eigentümer... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer noch tröpfelt das ein wenig, aber ich rechne schon damit, dass das gleich vorbei ist. Ihr könnt schon überall im Horizont sehen, mehr blau, weniger grau. Das geht hier unheimlich steil bergauf, schon Wahnsinn. Genauso steil geht es an manchen Hecken natürlich dann auch wieder bergab. Und das ist schon faszinierend, wo man hier überall, von hier schon mal diese Wahnsinns-Aussicht. Es ist so faszinierend, wo man überall Häuser hier reinbaut in den Berg. Die größten Kosten beziehen sich darauf, erstmal hier einen Bauplatz so herzurichten, dass man ein Fundament hier schafft, dass man den Berg abstürzt. Da gehen Mengen von Beton und Stahl bei drauf. Man hat noch kein Haus, dann hat man erstmal nur die Grundlage dafür geschaffen. Zumal sich die Landschaft natürlich auch durch das Wetter, gerade Herbststürme, Regenfälle und so weiter verändert und dann so ein Gebäude standhalten muss. Aber man wundert sich schon und ich werde sicherlich den einen oder anderen Blick darauf werfen können, wie man hier baut. Denn Kräne sieht man hier ohne Ende. Überall wird geflext, gehämmert, gebohrt, Beton geschüttet, Stahl aufgebaut. Also die meisten Häuser bestehen aus einem Stahlgerüst hier, die modernen Häuser, was dann mit Beton ausgefüllt wird. Aber da kann ja jeder bauen, wie er möchte. Ganz, ganz viel sieht man hier natürlich aufgrund der schönen Aussicht, große Fensterfronten, gerade dann, wenn einem die Sicht nicht verbaut wird. Hier wieder ein Kran. Ich werde gleich natürlich aussteigen an den schönsten Stellen, wo man die besten, den besten Aussichten hat. Ich werde mal vorsichtig auf so eine Baustelle schauen. Hier wieder rechts und links Baustellen. Es ist zu befürchten, dass auch dieser Berg eines Tages komplett bebaut sein wird. Was man aus der Entfernung gar nicht so sehen kann. Dennoch sind hier auch ganz viele Plätze schon bereits reserviert. Nur mal so ein Beispiel, wenn man einen guten Zinssatz hat, dann ist das beim Millionenbetrag, also sagen wir mal eine Runde Millionen, da muss man im Monat mit Kosten zwischen 4.500 und 5.000 Euro schon rechnen. Da kann man sich vorstellen, wie das denn aussieht, wenn das ein höherer Millionenwert ist, also ohne Eigenkapital kaum möglich oder eben die entsprechenden Sicherheiten oder Einkommen. Von hier eine Wahnsinns-Aussicht auf den Berg da drüben, wo auch viel gebaut wird. Hier unter mir ebenfalls eine Riesenbaustelle. Morgens und abends in der Waschauer ein großer Baustellenverkehr hier. Viele Fahrzeuge fahren hier oben hoch oder wieder dann zum Feierabend hinunter. Überall Baufahrzeuge. Hier oben ein richtig schönes Häuschen. Das ist hier so ein Tal zwischen dieser Straße und rechts von mir. Einige hundert Meter. Das von beiden Seiten bebaut wird. Gestern übrigens strahlend blauer Himmel auf Mallorca. Kaum ein weißes Wölkchen zu sehen. Aber auch heute, dass man nur so nebenbei erwähnt, wird der Tag sich aufklären und wird viel, viel mehr blau am Himmel zu sehen sein. Allerdings, wie gesagt, windig. Eine Top-Villa da oben, geradeaus vor mir. Ein Wahnsinn. Also das muss eine der größten hier sein. Traumhaft angelegt und mit Panoramafenstern ohne Ende auf die Bucht von Palma. Jetzt sind wir auch schon ziemlich weit oben, sodass sich da ein Ausblick gleich schon mal lohnen wird. Das ist ein Ausblick, wie gesagt, Das war's für heute. Unterschiedliche Baustile sind hier anzufinden, überwiegend das ganz moderne, wie ich eben schon sagte, mit den großen Panoramafenzern, allerdings auch das ein oder andere Haus hier noch typisch für Mallorca. Vielen Dank. Selbst da ganz oben, Kran an Kran, das ist wirklich kaum zu erwarten, dass es hier so viele Baustellen noch gibt. Da unten liegt Palma. Wir werden bestimmt gleich noch eine bessere Aussicht haben. Du kannst hier alles erkennen. Du kannst von hier bis in das Stadion von Real Mallorca, Son Mosh, hineinschauen beinahe. Oder auf der anderen Seite guckst du eben Richtung Tramontaner Gebirge schon. Und diese Schlucht hier ist schon sehr cool. Da ganz hinten liegt die Playa de Palma. Jetzt habe ich einen kleinen Moment gewartet und ja, es klart immer mehr auf, sodass die Sicht auch besser wird gleich. Wir können schon viel weiter schauen. Sogar das Schloss Belver konnte ich eben schon für einen Moment erkennen. Was ja auch schon hoch liegt, aber da sind wir wesentlich darüber. Mal drüber. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Übersprung sozusagen und jetzt können wir Palma in seiner ganzen Pracht sehr gut erkennen. Beinahe jedes Haus kannst du hier sehen. Blau und weiß bis an den Horizont. Also dafür allein lohnt es sich schon hier hinaufzufahren. Und man erwartet gar nicht, dass es hier so viel Grün gibt. Obwohl jede Lücke, aber irgendwann muss der Markt ja auch mal gesättigt sein. Amen. Amen. Okay. 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 Allerdings, wenn man hier die Grundschutzpreise zugrunde legt, die natürlich sehr, sehr hoch schon sind und der Aufwand, mit dem hier gebaut werden muss, wenn hier ein altes Haus aufgekauft wird, bleibt beinahe nichts davon stehen, wird alles abgerissen, Fundamente und alles wird, werden erneuert. Die Handwerkspreise sind übrigens auch gestiegen, so wie überall. Bei den Materialpreisen kann man nur hoffen, dass der Wahn da ein Ende hat. Irgendwann bei den Kosten ist, denke ich mal, viel Übertreibung dabei. Wenn ich hier weiter Richtung Westen schwenke, sehen wir mehr Wolken. Okay. 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 Richtung Osten von Mallorca, mehr Blau. Ich konnte eben wunderbar sehen von hier oben, wie das Wolkenband sich hier rüberschob. Okay. 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 Bu Wir existem mehr in numer hat. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So weit der Ausblick von hier oben. Das ist einer der höchsten Punkte, die man erreichen kann. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg etwas tiefer machen. Dabei auch noch versuchen, ein paar schöne Bilder einzufangen. Ja, und da geht es schon abwärts. Aber auch hier an dem höchsten Punkt rechts oben, auch dort wird begradigt, abgerissen, gemacht und getan. Selbst da wird gebaut. Also bleibt kaum ein Fleck hier unberührt. So wie überall auf Mallorca ist auch hier ein sehr steiniger Boden vorzufinden. Hier noch mal ein letzter Ausblick. Das ist einfach zu schön. Nehmen wir noch mal so eine Etappe mit. Ja, der Wunsch ist sicherlich bei ganz vielen Mallorca Fans da, hier auf Mallorca eines Tages leben zu wollen. Es muss ja nicht unbedingt schon wieder sein, so wie hier. Es gibt auch so viele schöne Ecken, wie wir in den Videos sehen können, auf Georgies Kanal. Da kann sich jeder so seinen Lieblingsort suchen. Egal, ob der Südwesten oder der Nordosten oder der Osten oder der Süden von Mallorca. Es gibt so viele schöne Orte. Oder lass es ein schönes Bergdorf sein. Ein Ort schöner als der andere. Und eines steht fest. Es gibt auch bezahlbare Immobilien hier. Man muss ja auch nicht kaufen. Man kann ja auch mieten. Die Chance ist auch da. Dadurch, dass Mallorca verboten hat, ohne Lizenz einen Urlauber zu vermieten, ist die Chance gestiegen, dass man solche Objekte bekommt. Also nicht gerade hier oben, sondern wieder. Aber dass man Objekte bekommt, die man für einen fairen Preis mieten kann das ganze Jahr. Die meisten tun natürlich was anderes. Sie lassen ihre Immobilien leer stehen, weil sie keine fremden Leute in ihren Wohnungen haben möchten. Oder weil sie auch kein Vertrauen dazu haben. Der Aufwand zu groß. Die Kosten zu den Erträgen in keinem Verhältnis stehen. So. Und es geht jetzt noch ein Stück weiter hinunter. Wir fahren jetzt wieder zurück bis nach Palma. Die Abfahrt aber interessanter als die Hinauffahrt. A, weil das Wetter jetzt ein bisschen besser ist. Und B, weil wir die bessere Sicht haben. Ja, schlussendlich muss man einfach sagen, dass die Insel vielleicht auch genau das Gegenteil durch dieses Verbot von Untervermieten, was da bewirkt wurde. Das sind ja auch Urlauber, die herkommen, die hier Gastronomie und doch alles irgendwie auch bereichern. Und wenn die dann sagen, nee, wir gehen nicht ins Hotel und dann kommen wir halt gar nicht. Man hat das Ziel ja auch nicht so erreicht. Und wenn die Wohnungen dann dadurch leer stehen, ist das für alle auch ein bisschen schwieriger. Aber es geht natürlich insbesondere darum, den Einheimischen hier nicht den gesamten Wohnraum zu nehmen. Was insbesondere für die ganzen Ballungsgebiete, für Palma und so weiter natürlich dramatische Konsequenzen hat, wenn dort Wohnraum zweckentfremdet wird und nur noch an Touristen vermietet. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Das kann keiner gut finden. Aber man sollte zumindest den Weg finden, dass man auch wieder Lizenzen vergibt, für die es wirklich auch absolut nicht in Frage kommt, dauerhaft zu vermieten, weil sie ihre Immobilie auch selber nutzen möchten. Das wird den einen oder anderen zukünftig davon abhalten, hier eine Zweitwohnung zu suchen, weil genau diese Zwischenfinanzierung wichtig war. Wer denn zu 100% auswandern möchte, hier die Straße ist gesperrt, am Golfplatz entlang. Wer denn komplett auswandern möchte, der ist von dieser ganzen Regelung ja überhaupt nicht betroffen. Und dem kann es dann ziemlich egal sein. Ja, und das Wetter, wie wir sehen, wird auch jetzt Richtung Westen immer besser. Der Wind bläst die Wolken fort. Es tröpfelt hier nicht mehr. Vormittags mal ein paar Tropfen, das tut nicht so weh, wenn man dann nachmittags irgendwo am Meer sitzen kann oder vielleicht auch schon mal am Strand liegen, bei denen Temperaturen durchaus möglich sind. Also heute, wie ich schon sagte, Temperaturen von über 20 Grad erwartet auf Mallorca. Gerade im Osten der Insel ist das ziemlich windgeschützt. Dort, denke ich mal, kann man ganz gut liegen, weil wir grobe Richtung den Wind aus Westen bekommen. Und dann, denke ich mal, kann man ganz gut liegen, und dann, denke ich mal, kann man ganz gut liegen, und dann, denke ich mal diese Wind aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020